Thomas Oppermann, der Fraktionsvorsitzende der SPD, hier im Wahlkampf-Angriff-Modus. Nur noch drei Wochen bis zur Wahl. Gestern das große Fernsehduell. Sie haben gehört, dass er damit nicht zufrieden war. Letztendlich aber seinen Kandidaten Martin Schulz als Sieger gesehen hat. Das Format, darüber ist ja viel diskutiert worden. Nicht nur bei der SPD, ist sicherlich so gewählt, dass mit 90 Minuten viele Fragen offen bleiben. Dennoch muss man sagen, die Einschaltquoten waren nicht so doll. Das Interesse bei den Bürgern war nicht so groß, wie man das hier im politischen Berlin allenthalben gehofft hat. Und erstaunlicherweise, ich war gestern selber vor Ort und die Stimmung war so, dass man Martin Schulz schon einen Achtungserfolg zugestehen konnte. Aber erstaunlicherweise haben vor allen Dingen die Bürger bei den Umfragen gesagt, Angela Merkel sei gestern die klare Siegerin gewesen. Und da stellt sich natürlich die Frage Richtung Union. Ist der Wahlkampf also damit schon gelaufen? Denn der große Ruck für die Sozialdemokratie wird wohl nicht von dem gestrigen Duell ausgehen. Und diese Frage stellte ich Michael Große-Brömer, dem parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, hier vor wenigen Minuten. So ein Duell hat den Zweck natürlich nochmal, die aktuelle Politik darzustellen, die Unterschiede herauszuarbeiten. Ich hätte mir gestern auch ein etwas breiteres Themenbild gewünscht. Wir sind da lange bei der Außenpolitik hängen geblieben. Aber trotzdem ist ja deutlich geworden, eine unaufgeregte, ruhige Kanzlerin mit einem etwas aufgeregteren Herausforderer. Aber so soll es ja auch sein in der Demokratie, der Wettstreit um die richtigen Ideen. Und ich glaube, gestern ist deutlich geworden, dass wir eine gute Kanzlerin haben und auch gute Ideen, die wir da abgefragt bekommen haben. Jedenfalls Themen wie Umweltpolitik, Innenpolitik, Bildungspolitik sind mir ein bisschen zu kurz gekommen. Aber dazu können ja beide gar nichts. Die sind ja immer nur gefragt worden oder beziehungsweise nicht gefragt worden. Insofern hätte ich mir ein bisschen breitere Themenauswahl gewünscht. Aber ansonsten war es ja auch ganz spannend. Ja, das ist in der Tat so. Aber die 90 Minuten haben halt nicht ausgereicht. Man war zu lange bei der Außenpolitik hängen geblieben. Man hätte natürlich auch gerne ein zweites oder vielleicht ein drittes Duell gesehen. Aber das wollte ja die Kanzlerin nicht. Naja, wir haben eine eingeübte Tradition in Deutschland. Die Duelle haben eine eigene Ausgestaltung. Und dass man die unterschiedlichen Vorstellungen jeweils aus Herausforderer-Sicht oder aus Amtsinhaberin-Sicht in diesem Fall dann zusammenbringen muss, ist auch klar. Ich weiß jetzt nicht, ob es klug ist, immer vier Moderatoren zu haben. Vielleicht schaffen es auch zwei. Dann würde es vielleicht auch ein bisschen zügiger gehen. Also über so Formate lässt sich reden. Aber ich glaube auch, die Duelle haben eine etwas andere Tradition als in Amerika, wo sie schon seit Jahrzehnten stattfinden. Wir haben halt diese Debattenkultur, die ist abgestimmt worden. So war es immer, so war es diesmal. Und ich finde, damit kann man auch leben. Aber komme ich zur Ausgangsfrage zurück. Ist denn das Ding jetzt gelaufen? Und scheinbar denkt der Zuschauer das auch. Denn es gab nur gut 16 Millionen Zuschauer gestern im Jahre 2005. Da war es doch viel spannender zwischen Schröder und Merkel. Da waren über fünf Millionen Zuschauer mehr vor den Geräten. Also ist das nicht der Beweis dafür, dass man vor allen Dingen auch auf Seiten der Unionswähler sich sagt, ach, das wuppt die Frau Merkel schon. Das ist nicht unbedingt die logische Schlussfolgerung. Man könnte ja auch sagen, vielleicht ist dieses Format des Duells nicht mehr so attraktiv wie vor einigen Jahren. Weil ich erlebe mit vielen Kollegen, im Übrigen auch der anderen Parteien und Fraktionen, ja bei uns im Wahlkampf vor Ort, in den Wahlkreisen doch ein hohes Interesse. Also wir haben guten Zuspruch. Ich kann da nur für die CDU in Niedersachsen sprechen. Aber auch viele Fragen und da wird auch konkret nachgefragt. Und da ist auch der Abgeordnete vor Ort mal gefragt, was ja auch gut und richtig ist. Und da kommt eben eine breite Themenvielfalt auch bei den Fragen ans Licht. Und deswegen glaube ich schon, das Interesse ist da und gelaufen ist noch lange nichts. Deswegen kämpfen wir und ich persönlich, wie alle anderen Kolleginnen und Kollegen in den Wahlkreisen auch, bis zum Schluss um die Mehrheit der Stimmen. Nicht nur im Wahlkreis, sondern auch hier für den Deutschen Bundestag um die Zweitstimmen für eine Kanzlerin Merkel. Wenn ich mich in den letzten Tagen und Wochen so umhöre, dann heißt es immer, das ist gelaufen. Horst Seehoff hat genau in diese Kerbe heute geschlagen. Er hat gesagt, ich warne davor, dass wir nicht genug mobilisieren. Wir müssen weiter bis zum letzten Tag kämpfen. Das ist sicherlich richtig. Kämpfen Sie denn mit den richtigen Themen? Ist das, was die Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende gestern gesagt hat, Konsens auch in der Fraktionssitzung nachher zum Beispiel auch zum Thema Türkei? Da hat sie ja gesagt, also das passt ihr so nicht. Aber tut Deutschland da genug? Tut die Kanzlerin genug? Ist das Konsens in der Fraktion? Erstmal haben wir eine Fülle von Übereinstimmungen. Ich sage mal, was uns ja auch gravierend von anderen unterscheidet. Also eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik als Grundlage für Investitionen in Forschung, in Bildung, in Infrastruktur, im Übrigen auch in soziale Sicherheit. Also es gibt so langweilige, vermeintlich langweilige Kernsätze, die uns auch von anderen unterscheiden. Nämlich zu sagen, wir verteilen erst das Geld, was wir vorher erwirtschaftet oder jedenfalls eingenommen haben. Wir wollen auch keine weiteren Schulden machen. Das sind so Punkte, die man vor Ort auch immer wieder hört und über die man reden muss. Und die Außenpolitik interessiert die Leute immer mehr, aber vorrangig ja bei diesen Themen Nordkorea, Trump, wie läuft da die Diplomatie ab? Und da merkt man auch vor Ort, die Leute machen sich Sorgen. Also der kriegerische Auseinandersetzung, in die möglicherweise die NATO verwickelt sein könnte und damit ja vielleicht auch Deutschland, das war lange Zeit kein Thema und da machen sich die Menschen schon Gedanken und Sorgen. Und die Türkei natürlich auch. Sie entfernt sich immer weiter von rechtsstaatlichen Grundsätzen, verhaftet auch deutsche Staatsangehörige. Und da ist es natürlich richtig, mal konkret zu fragen, wie ist es denn jetzt, der Bundesaußenminister hat noch im April gesagt, nein, wir können die Verhandlungen da nicht abbrechen, wir müssen im Gespräch bleiben. Das sagt die Kanzlerin auch. Gestern sagt der Kandidat der SPD, nein, also diese Verhandlungen müssen wir abbrechen. Ich glaube, das ist nicht der Kernpunkt, ob sich dadurch Herr Erdogan nun beeindruckt fühlt, das wage ich auch zu bezweifeln. Sondern wir müssen natürlich klare Konsequenzen aufzeigen. Und da ist das, was die Kanzlerin gestern gesagt hat, aus meiner Sicht richtiger und auch trifft die Türkei auch härter, nämlich wirtschaftliche Konsequenzen, alles, was damit zusammenhängt. Und ich glaube, das ist besser, wenn auch Herr Erdogan merkt, wenn ich mich falsch verhalte, habe ich auch massive Nachteile für mein Land zu befürchten. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch in der Türkei selbst noch ausreichend Leute, Millionen von Menschen, die mit Herrn Erdogan ja auch nicht einverstanden sind. Also die jetzt da sozusagen zurückzulassen, ist wahrscheinlich auch der falsche Weg. Vielen Dank, Michael Große-Brümmer.